Qualität, Professionalität, Service, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Zufriedenheit, internationale Orientierung, Stabilität und Innovation, Nachhaltigkeit und am Erfolg teilhaben. King Tony Tools, ein Expertin in Sachen Werkzeuge. Unser Unternehmen King Tony Tools Limited ist ein taiwanischer Werkzeughersteller, der im Jahr 1977 durch den Zusammenschluss zweier Manufaktoren mit weitreichenden Erfahrungen gegründet wurde. Durch die positive Entwicklung vergrößerte sich die Firma schon im darauffolgenden Jahr 1978. Der Anbau einer zusätzlichen 2000 Quadratmeter großen Fertigungshalle an die bestehende Firmenanlage war der äußerliche, aber nicht einzige belegt. Im Jahr 1985 hat sich King Tony Tools mit der blau-roten Stecknuss als Markenzeichen auf dem Profi-Werkzeugmarkt überzeugend etabliert. Im Jahr 2007 wurde das Markenzeichen des blau-roten Farbpands erneuert und qualitativ verbessert. Das neue Markenzeichen blau-roter Farbring auf der Stecknuss ist benutzungsfreudiger. Dieses neue Design ist wieder als geschütztes Markenzeichen auf dem Weltmarkt zugelassen. 2008 haben wir King Tony Tools mit unserem frisch gebauten Hauptquartier für die Unternehmensleitung neuen äußerlichen Glanz verliehen. Inhaltlich setzen wir uns für die Fortbildung unserer Mitarbeiter ein, denn wir verstehen, dass durch Kompetenz und Professionalität unserer Mitarbeiter die Qualitätssicherung unseres Unternehmens optimiert wird. Wir als Unternehmen möchten uns mit allen Mitarbeitern gemeinsam entwickeln. Das stetige Ziel ist festgesetzt, eine vielfältige Auswahl professionelle Handwerkzeuge international anzubieten und als asiatischer Hersteller in Sachen Professionalität und Qualität auf dem Weltmarkt einen Spitzenplatz zu behaupten. Unsere Arbeit Service, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kundenzufriedenheit werden bei uns in unserem täglichen Unternehmensablauf groß geschrieben. Starke Teamarbeit steht immer im Vordergrund unserer strukturierten Firmenorganisation. Jeder Mitarbeiter arbeitet selbstständig und ist in der Lage, seine Arbeit mit anderen zu kombinieren. Dies führt dazu, dass die Kollegen anhand ihrer Stärken ihr persönliches Potenzial in der Arbeit ausschöpfen können. Ein leistungsstarkes Management-Team leitet in der Zentrale die verschiedenen Abteilungen für Forschung und Entwicklung, Verwaltung, Kommunikationsinformation, Produktion, QC und Marketing und Vertrieb. Diese Unternehmenskultur und Organisation ermöglichen uns, unsere jährliche Zielvorgabe zu erreichen und King Tony Tools als Markenzeichen international zu sichern. Unsere Niederlassungen in den verschiedenen Ländern sind Belege unseres stetigen Wachstums. Der Stammsitz unseres Unternehmens ist Haiwan. 1999 wurde die Zweigniederlassung Frankreich errichtet. 2001 wurde die Zweigniederlassung Mexiko gegründet. 2001 wurde die Zweigniederlassung China gegründet. 2004 wurde die Vertretung Deutschlands errichtet. 2007 wurde die Zweigniederlassung Amerika gegründet. 2008 wurde die Zweigniederlassung Spanien gegründet. 2011 ist die Eröffnung der KT Hardware Filialen in China und einer Zweigniederlassung in Belgien geplant. Außerdem sind wir weiterhin sehr präsent an diversen Werkzeugweltausstellungen. Wir sind zuversichtlich, bereits auf einem guten Weg zu sein, King Tony zu einem weltweit anerkannten Markennamen zu entwickeln, der für Qualität und Professionalität steht. Qualität und Zuverlässigkeit sind Kriterien für Profi-Werkzeuge. Stetige Innovation und Verbesserung des Produktes ist der Schlüssel zur Etablierung einer Marke. Als asiatischer Hersteller bieten wir von King Tony dem internationalen Markt eine vielfältige Auswahl professioneller Handwerkzeuge an. Nahezu 20.000 Produkte sind in folgende Produkteinheiten kategorisiert. Für Werkstätten Servicearbeit diverse Werkzeugwagen. Für Handwerkzeuge Steckschlüsseleinsätze in allen Variationen. Für industrielle Reparaturarbeit diverse Druckluftwerkzeuge. Für Kfz Kfz Spezialwerkzeuge. Für Präzisionsarbeit Drehmomentschlüssel in allen Schlüsselweiten. Und sonstiges wie Zangen, Indoschlüssel, diverses Zubehör und so weiter. Zusätzlich bieten wir eine neue Produktlinie für elektronische Produkthersteller und Konstruktionsfirmen an. Nämlich die Unison-Serie nach dem Motto. Richtige Werkzeuge für jede Arbeit. Auszeichnungen King Tony Werkzeuge erfüllen nicht nur die Qualitätsnormen ISO 9001. Unsere Produkte sind auch ISO, GS und CE zertifiziert. Außerdem übertreffen unsere Qualitätsstandards die Anforderungen der DIN- und ENSAI-Normen. Das Unternehmen ist mehrfach ausgezeichnet worden. Im Jahr 2010 erhielt King Tony die wichtigen Auszeichnungen The Taiwan Superior Product Design Award, The Taiwan Fine Work Award und The Taiwan Superior Brand Award. Besonders erwähnenswert ist, dass wir, King Tony, als erster taiwanischer Werkzeughersteller das Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 umsetzen. In Zukunft präsentieren wir uns also als grünes Unternehmen mit einer umweltbewussten Produktion. Unsere Qualitätssicherung Unsere Forschungsabteilung sorgt dafür, dass zu jeder Zeit die neuesten Methoden in Produktion und Qualitätskontrolle angewandt werden. Alle unsere Werkzeuge werden aus ausgewählten Stahllegierungen gefertigt, passend für die jeweiligen Materialanforderungen. Beim Heißschmieden, dem am häufigsten praktizierten Verarbeitungsprozess, wird der Stahl in Elektroinduktionsöfen verarbeitet, um Oxidationsprozesse zu vermindern und eine stabile Form für die Pressmaschinen zu erreichen. Mit Hilfe von Computern können wir heutzutage die kritischen Faktoren beim Erhitzungsprozess kontrollieren. Dieser Verarbeitungsmethode verdanken King Tony Produkte ihre lange Lebensdauer. In der Qualitätskontrolle verwenden wir Projektoren und metallurgische Analysiergeräte. Ein besonderes Prüfgerät ist der Drehmoment Lebensdauertester, ein Instrument, das gleichermaßen die Lebensdauer wie die Leistungsfähigkeit des Produkts überprüft. Für unsere Kunden Wir bedienen unsere Kunden stets mit gutem Service, fachlich kompetenter Beratung und hervorragender Kundenbetreuung. Außerdem können wir durch unser flexibles Vertriebssystem in Kooperation mit zahlreichen Partnern unsere Produkte binnen kurzer Zeit an Kunden in der ganzen Welt liefern. Professionell erfüllen wir die Bedürfnisse unserer Kunden. Unsere Zukunft Unsere gegenwärtige Unternehmensleistung resultiert direkt aus der Anerkennung unserer Kunden. Wir wollen in Zukunft für unser Unternehmen weiterhin am taiwanischen Standort festhalten und die guten lokalen Ressourcen ausbauen, wobei wir gleichzeitig die Lieferkette integrieren wollen, sodass alle Beteiligten alle Ressourcen gemeinsam nutzen können. Anhand dieser guten Zusammenführung von Ressourcen, Materialbeschaffenheit, Herstellung, Lieferung und Service sind wir, King Tony, in der Lage, unsere Unternehmen Zukunft zu sichern und einen Wettbewerbsvorteil anderen gegenüber zu erzielen. Wir schätzen, was wir bereits erreicht haben, aber wir hören nicht auf, noch etwas zu werden. Mit stetigen Innovationen und Verbesserungen am Produkt und der Umsetzung des Umweltschutzes. Wir setzen Akzente auf das Gleichgewicht zwischen Ökologie und Ökonomie. Wir bauen ein faires, globales King Tony-Netzwerk. King Tony Tools – ein Experte in Sachen Werkzeuge.